Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen den Roman Black Leopard, Red Wolf von Marlon James vorstellen, der 2019 auf Englisch erschienen ist und im selben Jahr auf Deutsch übersetzt wurde von Stefan Kleiner. Der Roman umfasst ungefähr 620 Seiten und ist ein Roman, der mich wie keiner sonst in der letzten Zeit total durcheinandergebracht hat, verwirrt hat, abgestoßen hat, angezogen hat. Ich wollte nach einem Drittel aufgeben, da bin ich übrigens nicht die Einzige, der das so gegangen ist. Ich habe inzwischen doch einige Rezensionen gelesen und Bemerkungen zu diesem Roman. Es ist sehr, sehr vielen genau wie mir gegangen. Ich habe Gott sei Dank es nicht getan. Ich habe durchgehalten. Und das, indem ich auch das ganze Buch auch auf Englisch gelesen habe, was schon vom Vokabular und allem Möglichen für mich nicht ganz einfach war. Ich kann Ihnen nur sagen, geben Sie nicht auf. Wenn Sie sich an das Buch machen, dann lesen Sie es bitte ganz durch. Sie werden überraschende Einsichten bekommen, auch nicht zuletzt über sich selbst. Empfohlen würde mir das Buch von einer jungen Freundin, die aus Guinea-Bissaua stammt und mich auf dieses Buch aufmerksam gemacht hat. Und sie hat gesagt, lies das doch mal. Es geht auch um ein Selbstbewusstsein von POC-Literatur. Und es ist ein Buch, was in der letzten Zeit eben total gehypt wird. Es ist Literatur für junge Leute, die auch mit den digitalen Medien groß geworden sind. Viele Videogames, Filme, Computerspiele gesehen haben, sich auskennen mit Marvel Comics. Und die selbstverständlich Game of Thrones gesehen haben von George Martin. Abgesehen von Tolkien, der Herr der Ringe. Für diese Generation von jungen Menschen und auch mittelalterlichen Menschen wurde dieses Buch geschrieben. Und das bedeutet, es hat gewisse Merkmale, die uns Älteren doch sehr noch fremd sind. Und so muss ich ihm vorhinein um Entschuldigung bitten, weil das Wörtchen Fuck taucht so oft in diesem Buch auf, dass man irgendwann total irritiert ist. Zum Autor. Marlon James wurde geboren am 24. November 1970 und ist damit fast ziemlich genau 20 Jahre jünger als ich. Geboren in Kingston, Jamaika, in der Karibik, auf einer Insel, auf der vor allem Sklaven, schwarze Sklaven aus Benin und im Kongo kamen. Seine Familie ist vorwiegend auch tätig als Polizisten, als Richter und Anwälte, kommen also aus einem Bereich, in dem so etwas wie Strafverfolgung, Recht und Ordnung eine Rolle spielt. James ist viel Leser, hat sehr, sehr viele Fantasy-Romane gelesen, hat selbstverständlich Charles Dickens auch gelesen und Salman Rushdie, Gabriel Garcia Marquez, hat dann ein Studium für Creative Writing auch begonnen, war in der Werbung tätig und hat schließlich schriftstellerische Arbeiten produziert. Er ist von Jamaika in die USA geflohen, wie er das beschreibt. Als bekennender Homosexueller war er großen Anfeindungen in Jamaika ausgesetzt. Man hat sogar ein Exorzismusritual an ihm vollzogen, um ihm sein Gaysein auszutreiben. Jamaika, eine ehemalige britische Kolonie, die viele bis 1962, die viele vom Reggae- und Rasterfahrer her kennen, Bob Marley wird ihnen allen ein Begriff sein. Zwei Drittel der Einwohner dort sind Protestanten und James ist regelmäßig in die Kirche gegangen und hat den Gottesdienst besucht. James hat dann in Minnesota unterrichtet, im College, englisches Creative Writing und kam 2014 mit einem Roman heraus, der 700 Seiten umfasst, 75 Figuren und Stimmen vereinnahmt und sehr viele Rechercheure auch beschäftigt hat. A Brief History of Seven Killings. Deutsch ist das von fünf Übersetzern übertragen worden. James hat viele Preise bekommen, war Finalist auf mehreren Buchpreislisten und hat nun eben 2019 dieses Buch Schwarzer Leopard, Roter Wulff, herausgebracht. Das ist der erste Teil einer dreiteiligen Fantasy-Saga, Dark Star, und kam im selben Jahr der Publikation auf die Shortlist des National Book Award. Im selben Jahr kam Marlon James im Magazin Time auf die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2019. Die Rezeption des Buches war euphorisch. Die Pressestimmen haben sich mit Lob überboten. Ich nenne jetzt zwei Stimmen. Solomon Rushdie hat gesagt, It's a fabulous reimagining of Africa. The New Yorker hat geschrieben, That thunder you hear is the jealous rage of Olympian gods. Also den Donner, den man in diesem Buch sozusagen hört, oder auf dieses Buch hin hört, das ist die eifersüchtige Wut der olympischen, der griechischen Götter, die auf diese Götter und Mythen eifersüchtig sind. Man hat gesagt, das ist ein African Game of Thrones und eine mythic version of ancient Africa, also eine Version der Mythen des alten Afrika. Es gehört zum Genre der Fantasy Literature und der African Traditional Religion Realism. Also der traditionellen afrikanischen Religion, die sich in realistisch geschriebenen Werken kundtut. Die Koexistenz von Geistern in der realen, in der materialen Welt ist natürlich, ist auch ein wichtiger Aspekt im traditionellen afrikanischen Leben. Aber eben nicht nur in Afrika. Und Marlon James hat nun Sagen aus Benin und Nigeria aufgenommen und verarbeitet, Sagen, die auch Vorstellungen, die aus der Yoruba-Religion stammen und aus der Gegend um den Zambezi-Fluss. Der Gesamteindruck dieses Buches ist ein ziemlich brutaler. Es ist eine Geschichte voller Gewalt, Folterungen, Hardcore-Sex, Vergewaltigungen, Mord, Monster, Gestaltwandler, Geister, Hexen, Zauberer. Es gibt unendlich viele Fikt-Szenen. Es ist albtraumhaft geschrieben. Es ist ekelerregend, schockierend, tabubrechend. Und auf so verstörende Art und Weise erzählt es seine Geschichte, dass man eben ein Drittel des Buches verloren da sitzt und lest und dann irgendwann aufhört zu lesen, was man aber nicht tun sollte, weil das Ganze dann auf einmal Kontur annimmt und ausgesprochen spannend wird. Und ja, manche Sachen sind etwas anstrengender, aber sehr oft lohnt es sich, auch anstrengende Wege zu beschreiten. Was ist die Geschichte? Das ist die Geschichte vom Tracker, von dem Sucher, who has a nose, der also eine Nase hat, ein Spürhund, der im Laufe des Buchs immer mehr zum Wolf mutiert, der riecht, wo sich Menschen befinden und mit diesem Spürsinn auf die Suche geht. Tracker ist homosexuell, eine Trickster-Gestalt, die sehr viel auch in Unordnung bringt, aber durch dieses Durcheinanderbringen von Ordnungen auch Positives dadurch hervorruft. Und Tracker erzählt nun sein Leben. Er sitzt in einer Zelle, ist gefangen, wird verhört und erzählt einem Inquisitor, einem Befrager, sein Leben. Und zwar seine Version seines Lebens, seine Handlungen, die man nicht unbedingt glauben darf. Er erzählt, wie er auf die Suche nach einem Jungen gesetzt wurde und dass diese Suche mit dem Tod des Jungen geendet habe. Dieser Junge wird nun von vielen gesucht. Er ist der Sohn, der Schwester des Königs und unrechtmäßig von seinem Thron gebracht worden, von seinem Thron gebracht worden, von dem Bruder der Mutter. Und da spielt so etwas wie Matrilinearität und Patrilinearität hinein. Also die Themen, die gerade für Afrika auch immer wichtig sind. Wer ist der Haupterbe? Jemand, der von der Mutter stammt oder vom Vater stammt? Und auch darum geht es in diesem Roman. Jetzt suchen diesen Jungen drei Parteien. Zum einen die Mutter, die ihn lieben und schützen will. Zum anderen der Königbruder, der ihn töten will, um seine Herrschaft zu sichern. Und zum dritten Monster, die die Unschuld des Jungen für ihre eigenen Zwecke einsetzen. Tracker wird beauftragt, gerät zwischen die Parteien und gerät von einem Horrorszenario ins nächste. Begegnet, wie gesagt, Monstern, Geistern, Hexen, Vampiren, Riesen, Tieren, die Gestaltwandlern. Und es kommt zu einem gewalttätigen Kampf nach dem anderen. Zu Folter-Szenen. Tracker wird gefoltert von jenen Monstern. Das finde ich eine der schlimmsten Szenen in diesem Buch. Diese Monster saugen ihm dann auch ein Auge aus. Schließlich bekommt er von einer weißen Zauberin St. Goma ein Wolfsauge eingesetzt. Tracker reist durch Länder. Marlon James hat eine eigene Landkarte entworfen, auf der man sehen kann, wo welche Königreiche, welche Wälder beheimatet sind, verortet sind. Und er schafft mit dieser Landkarte und mit den imaginierten Ländern albtraumhafte afrikanische Landschaften. Tracker gewinnt Freunde, gewinnt Geliebte. Keiner überlebt, einige verraten ihn, andere stehen treu zu ihm. Eine wichtige Person, der begegnet, ist der Leopard, ein Gestaltwandler, der sich von einem Mann in einen Leoparden verwandeln kann. Sein Begleiter ist Fumeli, sein Bowman, also der den Bogen trägt. Der Geliebte von Tracker ist Mossy of Azar, der Präfekt einer Häuptlingsarmee, ein Mann aus dem weisen Osten, ein wunderschöner Jüngling und der wird der Geliebte von Tracker. Dann gibt es noch einen Ogo Sadogo, einen Riesen, es gibt einen Büffel, der diesen Freunden zugetan ist, es gibt eine weise Zauberin, Sangoma, die Schutzzauber auch ausspricht und es gibt sogenannte Mingi-Kinder, die weniger glücklich sind, weil sie gewisse körperliche Merkmale haben. Zu diesen Mingi zählt zum Beispiel ein Giraffenjunge, ein Rauchmädchen, was ich immer in Rauch auflösen kann, ein Albino, ein Junge, der sich wie eine Kugel fortbewegen kann und siamesische Zwillinge. Das sind Kinder mit körperlichen Besonderheiten, die bis heute, also Rauchmädchen gibt es nicht, aber zum Beispiel siamesische Zwillinge oder auch überhaupt Zwillinge, die in manchen afrikanischen Ländern verfolgt und auch zum Teil getötet werden oder für schwarze Magie herhalten müssen. Auf der anderen Seite, da sind die bösen Monster, Ipondulu, ein Vogel, der sich in einen Blitz verwandeln kann, Atzi, ein Blutsauger, der sich in einen Insektenschwarm verwandeln kann und attackiert und Blut aus den Menschen aussaugt. Zwei davon werden namentlich genannt, Sasa Bonsam, der Blut trinkt und Asan Bonsam, der Menschenfleisch isst, das sind zwei Brüder von diesen Blutsaugern. Dazwischen stehen Sokolon, die Mondhexe und Bunshi, die Flusshexe und, 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 und endlich viele Monster und Hexen und Zauberer und Geistern. Wie gesagt, es war schwierig, dieses Buch zu lesen, vor allem auch auf Englisch, weil mir doch eben viele Worte gefehlt haben und der Inhalt ist für mich total schockierend gewesen. So viele Tabubrüche, so viele Folterszenen, so viele Pornoszenen habe ich auf einem Haufen wirklich noch nie gelesen und vor allem auch die Plotztruktur hat mir große Probleme bereitet, denn bis zur Mitte findet man sich überhaupt nicht zurecht. vieles ist unverständlich. Es werden Dinge erzählt, wo man sich fragt, warum, was, das spielt ja jetzt für eine Rolle für den Gesamtfluss des Romans. Erst ab der Mitte des Romans, ein wenig nach der Mitte des Romans, kommt es zu einem Besuch der Hauptpersonen in einer Art Bibliothek und ab da klärt sich die Plotlinie, bekommt immer mehr Fahrt, nimmt Fahrt auf, es kommt zu einem gewaltigen Spannungsbogen, der einen weiterzieht und einen nicht mehr loslässt. Davor werden eben, wie gesagt, viele Geschichten geschrieben, beschrieben, geschrieben, die man nicht einordnen kann und die nicht erkennbar zusammenhängen mit dem Hauptstrang der Erzählung. Es geht einem dabei, und das ist mir eben erst später klar geworden, es geht einem dabei wie einem Spürhund, einem Tracker, der eine Spur aufnehmen soll und am Anfang viele, viele Spuren hat, die sehr oft ins Nichts führen, bis sich eben eine Spur herauskristallisiert, der er dann bis zum Schluss verfolgen kann und die ihn zum Ziel führt. Wie gesagt, das Wörtchen Fuck kommt unendlich oft vor. Fuck the Gods taucht auf mancher Seite fünf, sechs, sieben Mal auf. Und das Englisch, Amerikanisch, der Monster, die sprechen, zum Beispiel Assam Bosam, ist so zerrüttet, dass es von daher auch schwierig ist, sie zu verstehen. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, erst auf Englisch und versuche es dann ins Deutsche zu übersetzen. Also Assam Bosam, das Monster spricht. He gonna be angry with us. He will angry, angry, so, so angry. Don't touch the flesh until I have my blood, he say. I am the oldest, he say. And he weep us terrible, terrible, terrible. But he gone and I hungry. And you know what worse, what worse and worse. He too eat the best flesh, like the head. Is fair? I ask fair. Ungefähr so. Er werden, ärgerlich, wütend, er werden, mit uns. Wütend, wütend, so, so wütend, nicht berühren Fleisch, bis ich habe ein Blut, er sagen. Ich bin der Älteste, er sagen. Und er uns schlagen, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber er weg und ich hungrig. Und weißt du, was schlimmer, was schlimmer und schlimmer? Er auch essen, das beste Fleisch, wie den Kopf. Ist gerecht? Ich fragen, ist gerecht? Ungefähr so. Das Buch kennt keine psychologischen Beschreibungen. Es gibt keine Innensicht auf die Charaktere. Geschildert werden reine Körperlichkeiten. Es folgt Action of Action. Und das ist für mich zumindest befremdend gewesen. Langsam erst kam ich auf die Spur, was dieses Buch eben so abstoßend und gleichzeitig doch so anziehend macht und für mich doch sehr, sehr interessant. Das Buch hat mich konfrontiert als weiße Europäerin mit einer Fantasy-Welt der Schwarzen, wie ich sie noch nie so gesehen habe. Und die mir sehr fremd ist, aber von daher eben auch mich interessiert, weil sie meine ganzen Vorurteile durcheinander bringt. Ich habe, um das ein wenig zusammenzufassen, ein totales Gefühl von Fremdheit gehabt. Schon das Ambiente war mir nicht vertraut. Das Outfit der Personen, die Orte, die Geschichten, der Mythen, ich hatte da, ich kannte so etwas nicht, solche Mythen kannte ich nicht. Ich bin aufgewachsen mit nordischen, germanischen Mythen. Auch die, das, was wir Europäer, aufgeklärte Europäer, Aberglauben nennen, also die vielen Monstergeister, die magischen Rituale, waren mir so fremd. Das anfängliche Fehlen einer Handlungslinie, habe ich nur schwer verkraften können und noch dazu einen Erzähler, dem ich nicht trauen kann, der uns keine Leseanweisung gibt, der uns ratlos seinen Äußerungen gegenüberstehen lässt und gegenüber dem wir selbst erst eine Haltung finden müssen und selbst erst versuchen müssen, uns zu verorten, was können wir, wo können wir ihm trauen, wo können wir ihm nicht trauen. Die fehlende Psychologie, die pure Körperlichkeit, dass diese Gewaltszenen, die so fleischlich sind, die alle Körpereröffnungen, werden in die Sexszenen einbezogen und das hat mich doch als Mittelstandsweise befremdet. Und dann habe ich als erstes versucht, mir durch Vergleiche sozusagen Hilfe zu suchen. Ich habe das Buch verglichen mit Tolkien, Herr der Ringe und mit dem, was ich von Game of Thrones von George Martin weiß. Schauen wir uns einmal einen Vergleich mit Tolkien an. Tolkiens Herr der Ringe 1954-55 veröffentlicht, gehört wie dieser Roman von Marlon James auch der Kategorie Fantasy an. In dem Herr der Ringe geht es um den Kampf zwischen Gut und Böse nach dem Zweiten Weltkrieg, die guten Mächte gegen die bösen Mächte, Sauron gegen die Hobbits, das abgrundtief Böse, der Ringe der Macht, die Gier nach Gold, die kindlichen Rettern gegenüberstehen. Es hat sehr viele fantastische Momente, es tauchen Elfen, Zwerge, Zauberer auf, Orks und Trolle, aber die sind mir zumindest ein wenig vertraut aus den nordischen Mythen. Ich kenne sie aus den Erzählungen des sogenannten heidnischen Zeitalters, der heidnischen Epochen und sie sind mir vertrauter durch Märchen und Mythen. Dann schauen wir auf Game of Thrones, das Lied von Eis und Feuer von George Martin, 1996 bis 2011 in fünf Bänden herausgekommen, angesiedelt in einem europäischen Mittelalter, in dem Feudal Clans um Macht kämpfen. Politische Intrigen, Gewalt, Sex, Fantasy, Figuren spielen eine Rolle und sind, was die Gewalttätigkeit angeht, vergleichbar mit den Figuren, die wir in dem Marlon James Roman kennenlernen. Beide Romane, Tolkien und Game of Thrones sind uns europäischen Lesern näher. Einfach, weil die Charaktere weiß ist, weil wir es mit europäischen, nordischen Mythen zu tun haben, weil doch eine gewisse Psychologie eine Rolle spielt, auch eine gewisse dualistische Moral von Gut und Böse, das ist uns vertrauter. Da können wir uns einfinden. Ganz anders dieser Marlon James. Marlon James schöpft eben aus afrikanischen Traditionen und das, was bei uns Fantasy ist, ist eine afrikanische Fantasy, die uns eben aber doch sehr, sehr fremd ist. Wer, das Schlimmste war, dass dieser Roman für mich, das ist, deswegen finde ich diesen Roman so interessant mich vor ein großes Problem gestellt hat. Der Roman hat sämtliche Vorurteile des weißen Mannes, der weißen Frau gegen das subsaharische Afrika bestätigt. die sogenannte Rückständigkeit des subsaharischen Afrikaten, der Aberglauben, die Triebhaftigkeit, die Körperlichkeit, die Grausamkeit, all das, was man als Vorurteile unterweisen kennt, wird in diesem Roman bestätigt in gewisser Hinsicht. Wie hat eine deutsche Fürstin erst vor kurzem noch gesagt, der Neger schnachselt gerne, ein schrecklicher Satz. Und für mich war, die ich hoffe, eine aufgeklärte, nicht rassistisch denkende Europäerin zu sein, war das das Schlimmste. So will man nicht sein. Solche Vorurteile will man nicht haben. Man will ein modernes Afrika sehen. Man will Afrikaner sehen, die Banker sind, die westlich gebildet sind, IT-Manager. Man will im Grunde genommen schwarze Europäer sehen, weil das ist einem vertraut und das lässt eben keine sogenannten abwertenden Vorurteile aufkommen. dann nun dieses Buch ein Schwarzer, der eine Welt beschreibt, die für uns aufgeklärte Europäer farbschönswürdig ist. Und das beschreibt er noch dazu mit dem größten Selbstbewusstsein. Absolut positiv. und das bringt einen total durcheinander gebracht, wie kann man diese ganzen mit Vorurteilen beladenen Geschehnisse so selbstbewusst und selbstverständlich schildern, wie das Marlon James tut. Und das war das Interessante, dass dieser Roman mein Selbstverständnis total und erschüttert hat, meine Identität und meine Einstellungen total infrage gestellt hat. So, und nachdem ich nun mich durchgerungen hatte zu einer Stellung gegenüber diesem Buch und das Skript für diesen Clip fertig gestellt habe, habe ich mich doch entschlossen eine Freundin anzurufen, meine Freundin aus Guinea-Bissau, die mir diesen Tipp zu diesem Buch gegeben hat und sie zu fragen, wie siehst du das? Und dabei kam etwas sehr Interessantes heraus. Es kam nämlich heraus, dass kein Leser, der heute Tolkens Herr der Ringe liest oder als Film sieht oder den Game of Thrones von George Martin, keiner von uns käme auf den Gedanken, dass das, was dort gezeigt wird, irgendeinen Bezug zur Realität in Europa oder den USA haben könnte. Es ist Fantasy. Nichts als Fantasy, sonst nichts. Es ist einfach unterhaltend, spannend, Fantasy greift auf Mythen zurück, auf Geschichten, die wir kennen aus den Märchen, aus den Sagen, aber es ist nichts anderes als Fantasy. Und wieso kommt es, dass wir, wenn wir einen Fantasy-Roman lesen, wie den von Marlon James, diesen Roman mit einer afrikanischen Wirklichkeit zusammenbringen wollen. Warum glauben wir hier Vorurteile zu bestätigt zu finden, was uns abstößt, was uns durcheinander bringt? Es geht gar nicht um Afrika. Es geht auch nicht um Afrika heute, sondern es ist wie diese meine Freundin sagt, es ist Fantasy, es ist nichts als Fantasy. Und zwar ein Fantasy-Roman, der nun eben freilich neue Motive, neue Mythen bringt, aus Afrika, die uns Europäern und US-Amerikanern nicht vertraut ist, aber die eine Fülle von neuen Möglichkeiten bieten, Fantasy-Charaktere zu schildern. Und das hat mich doch sehr, sehr frappiert, dass auch eben offensichtlich dieser Rassismus in mir noch drin ist, dass ich dieses Buch von Marlon James bezogen habe auf schwarze Identität, Identität von Schwarzen, von Afrikanern, von es überhaupt in Verbindung gebracht habe mit Afrika, wie übrigens ja Solomon Rushdie auch. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Es ist Fantasy und nichts anderes als Fantasy und so sollte man es lesen, ausgesprochen spannend geschrieben und eröffnet eben eine neue Welt mit neuen Fantasy-Figuren, wie wir sie so noch überhaupt nicht kennen. Marlon James, Schwarzer Leopard, Roter Wolf, 2019 erschienen und im selben Jahr ins Deutsche übersetzt.